so tief durchatmen was brauchen wir brauchen blitz zauber wir brauchen feuerbälle wir brauchen bomben mehr bomben noch mehr bomben feuerschwert wir brauchen keine überladung essen braucht man nicht mehr so also wir gehen jetzt hoch mit stings in den würfel hoffentlich eine richtigen position sind diesmal schnell genug um wieder weg zu kommen denn sobald das letzte stück rausnehmen wird er plötzlich gleich wieder aktiv so komm her ich glaube du stehst falsch rum du musst dich einmal nach hier drehen wow licht wäre auch noch ganz schick so gibt es was zum rausnehmen ja ich weiß es keine gute stellung stehen zu bleiben so komm wieder komm wieder schon wieder doof so hier war hier ja da war was das hasse Feuerelementare. So. Lebenspunkte. Das kaputt. So, jetzt komm her. Hier können wir es rausnehmen. Zahnrad. Es fehlt, glaube ich, noch ein Zahnrad. Nee, jetzt fehlt uns der Fusionator. Keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Aber hier ist er nicht. So, du musst auch sterben. Du trinkst noch einen Heiltrank. Du trinkst auch einen Heiltrank. Genau. Stirb einfach. Du auch. So, das sieht auch ganz okay aus. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle vier raus. Und er kriegt Schaden. Sehr schön. Schnell, weg da. Ja, er hat einen Leck. Oh, ich hätte nicht auf die mittlere Platte drücken sollen. Oh, schwer, dass alle. Eisbomben haben wir. Was haben wir noch? Einen Heiltrank für ihn. Trinken. Blitzbomben. Und zack. Aha. Der ganze Kleinkram. Ja, Feuerball macht immer noch mit am meisten Schaden. Da schmelzen die langsam wieder ein. Wursch. Oh, Wallah. Bist du jetzt tot? Bist du jetzt? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Um, okay. Ein ungewöhnliches Ende. Mal gucken, ob es noch was kommt. Aber ich denke, es kommt nur der Abspann mit den Credits von den vier Leuten. Es waren, glaube ich, nur vier, die das gemacht haben. Ja, das lasse ich mal durchlaufen und danach melde ich mich wieder. Musik 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 Ja, sehr schön. Das waren doch mehr als vier Leute anscheinend. Uff, voila. Also das Ende. Dieser Abspann. Leider kein Text dazu, auch keine Stimme. Das hätten wir echt noch ein bisschen besser machen können. Aber so wie ich das verstanden habe, ist halt der ganze Mount Grimrock zusammengestürzt, nachdem wir den Unsterblichen umgebracht haben. Warum auch immer das gesamte Gefängnis zerstört wird, wenn wir den Häftling töten. Hm, ja. Und dann ist ein Portal aufgegangen. Davon haben wir schon öfters was gehört. Und da sind unsere Helden reingesprungen. Also wahrscheinlich haben sie überlebt und können irgendwo anders mit ihrem Abenteuer weitermachen. Vielleicht im zweiten Teil, wer weiß. Ja, und der ganze Mount Grimrock ist weg. Soweit. Ein ordentliches Ende. Wie gesagt, ich hätte noch ein bisschen mehr Text dazu gehabt. Gerne. Also ich möchte jetzt Hintergrund wissen oder was denn in Zukunft mit der Gegend da geschieht oder irgendwas an Story noch. Aber man kann nicht alles haben. Das Spiel war auf jeden Fall mega geil. Ich werde es jetzt wahrscheinlich privat noch einmal durchzocken. Einfach nur, um entspannt spielen zu können, ohne mir irgendwas aus den Fingern zu saugen, was ich gerade sagen muss. Und ohne irgendwie doof vorzukommen, wenn ich viel zu lange bei irgendwelchen Rätseln brauche und so weiter. Und danach freue ich mich drauf, wenn die Dungeons kommen. Also die selbst gebastelten. Da könnt ihr mir auch gerne eure Dungeons schicken. Ich werde dann davon ein Let's Play machen, wenn es nicht allzu viele werden. Und ja. Allgemein das Spiel war herrlich. Also man kann einiges noch verbessern, aber das kommt bestimmt mit der Zeit. Was ich schön finde, ist, dass sie die Sachen, die sie gemacht haben, auch gut gemacht haben. Also ich habe keine großartigen Bugs entdeckt. Keine großartigen Fehler. Es war teilweise ein ganz schönes Gegrinde. Also jedenfalls, weil wir auf Hard gespielt haben. Das heißt, wir sind immer zu den blauen Kristallen zurückgelaufen. Das fand ich teilweise ein bisschen affig. Aber hätten wir auf Normal gespielt, wäre das ganze Spiel ein bisschen flüssiger gewesen. Denn hätte es auch wahrscheinlich mehr Sinn ergeben. Aber so war es auch ganz okay. An Klassen und Rassen war es nicht ganz so viel. Aber ich denke mir einfach, sie wollten eine solide Basis haben. Das heißt, sie haben sie jetzt erstmal nur drei Klassen genommen. Sie haben auch nur vier Rassen genommen, um zu gucken, wie das dann so alles funktioniert. Und es dauert ja auch alles, das zu programmieren. Das heißt, sie haben jetzt eine Grundlage. Auf die können sie aufbauen. Auf die kann die Community aufbauen. Man kann Mods noch und nöcher programmieren. Und da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Projekt. Wenn ihr irgendwelche Kritiken habt, was ich hätte besser machen können und was ich nächstes Mal anders machen sollte und so weiter, postet sie gerne unter dieses Video. Ich nehme dieses Video auch gleichzeitig mit als vorläufige Kritik. Eventuell mache ich später noch ein anderes Video, wo ich mich selbst kritisiere. Obwohl, das könnte ich auch jetzt kurz machen. Also, was mir an meinem Let's Play nicht so gefallen hat, ist, ich war gut eine Woche davon krank. Hab immer halt zwischendurch versucht, das nicht so durchhängen zu lassen und schön die Nase vorputzen und dann 15 Minuten aufnehmen, mit Kopfschmerzen vom Rechner hocken, dann wieder 15 Minuten aufnehmen und so weiter. Das war aber einfach nur schlechtes Timing. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gehört. Denn war noch einmal eine Unterbrechung von meiner Tochter. Das fand ich aber jetzt nicht ganz so schlimm. Allgemein war ich recht schnell frustriert von den Rätseln und hab dann was anderes gemacht. Und ich denke mal, ich war gegen Ende auch nicht ganz so gründlich, wie ich hätte sein können. Also ja, klar, es war nicht als 100% Run gedacht, aber man hätte da schon noch am Ende sich zurückhalten können und es aber die Fighters Challenge noch machen oder in Level 10 das Super Secret, was mir da gesagt wurde, das noch finden. Aber ich denke, das können wir alles für ein nächstes Playthrough auch bewahren. Da können wir einen richtigen 100% Run machen, wo dann alles entdeckt wird. Also zumindest so gut es eben geht. Ja, was noch? Teilweise wusste ich nicht so, was ich jetzt sagen sollte, aber es hielt sich eigentlich in Grenzen. Ich kann ja inzwischen ganz gut einfach vor mich hin schwafeln, ohne wirklich irgendwas zu sagen. Was jetzt dahingestellt sei, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich denke mal, es ist immer noch besser als nichts zu sagen. Ja, und sonst, das Tempo war auf jeden Fall in Ordnung. Also ich habe mich da richtig reingekniet, habe auch die ganze Familie eingespannt, dass sie die kleine babysitten und dass ich hier in Ruhe aufnehmen kann. Das echt vielen Dank nochmal an meine Familie dafür. Und sonst fällt mir nichts ein, was ich jetzt großartig schlecht oder gut gemacht habe. Eventuell hätte ich noch von vornherein die Kommentare deaktivieren können. Ja, da wird sich jetzt einer wundern, warum willst du die Kommentare deaktivieren? Aber da hätte ich auf keinen Fall gespoilert werden können. Weil jetzt sind schon ein paar Rätsel gelöst worden, dadurch, dass in den Kommentaren geschrieben wurde, wie es ungefähr geht oder wo es überhaupt ist. Also dadurch war es nicht ganz blind. Aber, nee, das kommt doof. Denn es ist ja auch schön, mit den Zuschauern zu interagieren und zu gucken, hey, da hast du noch was vergessen, da könntest du was besser machen. Guck mal, ich habe so geskillt, willst du nicht auch? Das fand ich eigentlich schon schön. Und dann wurden wir halt zwischendurch mal gespoilert, was soll's. Aber na gut, das soll es jetzt erstmal reichen. Ich mache mich jetzt an das Rennen, damit ihr diese Folge auch möglichst schnell zu sehen bekommt. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt. Bye, bye.